Musik Ja, herzlich willkommen, liebe Fans, liebe Sponsoren, liebe Freunde des MCR, liebe Gäste, ich kann hier nicht lauter, eigentlich ist meine Stimme, als es sowieso nicht lauten kann, vielleicht hast du noch mal einen Ring. Guten Appetit, ich hoffe, euch gefällt es allen beim ersten Spiel zum Saisonauftakt hier. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass am Anfang einige Sachen noch nicht so ganz klappen, zum Beispiel sind die Sitze zum Teil noch nicht abgeputzt gewesen, das weiß ich. Entschuldigung für alles, aber am Anfang muss man eben auch immer wieder in die Saison reinkommen. Es funktioniert auch nicht, unser Fernsehsystem, was aber noch zwei Stunden vom Spiel immer noch geklappt hat. Aber deswegen haben wir gleich gesagt, damit wir sowohl unseren Sponsoren und Freunde hier bedienen können, in ordentlicher Form und die Journalisten natürlich eingeladen hier auch, dass wir alles in Summe an können und nicht zweimal hin und her wandern müssen. Bevor ich jetzt unsere Gästetrainerin begrüße, darf ich natürlich unsere Gäste auch hier noch mal ganz offiziell begrüßen. Wir begrüßen zum einen unseren Oberbürgermeister Adolf Lauerland, herzlich willkommen. Und damit von Farsi, vom Vorstand BVV, Versorgungsverkehrsbetriebe Duisburg, einer unserer wichtigsten Sponsoren.